Hallo und herzlich willkommen bei einem Weihnachts-Special bei Air Weapon in Tönesforst. Ja, wir haben den 25.12. und heute kann man sich den Weihnachtsstress für ganze 1 Euro wegballern. Ja, ihr habt richtig gehört, 1 Euro für den gesamten Spieltag. So, und in diesem Video wird Domination gespielt, das heißt, wer die längste Zeit seine Farbe an der Bombe hält, hat gewonnen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Damit ihr mich auch gewonnen habt. Ja, wir haben die Farbe Rot und unsere Zeit läuft ab jetzt. Ja, Waffentreffer. Da fliegen die Turmen hier oben wieder. Von links, links, hinten. Oh, sorry. Scheiße. Es tut mir leid. mal wieder hin. Das war's. Hier ist es jetzt mein Ziel, das Schild von der Bombe wegzuziehen, damit es die Gegner ein bisschen schwieriger haben. Ich hab nur eine Knüschel mit dem Auto dabei. Das hat sich erst gleich einer. Ich hoffe, er hat mich jetzt nicht. Ach, das ist grün. Wenn mich jemand deckt. Das ist grün. Das ist grün. Das ist grün. Ah, so ein Mist. Meine komplette Munition ist weggeballert. Spielende. Jetzt schauen wir mal nach, wer gewonnen hat. Was haben wir denn? Rot, 12.35, grün. 15 Sekunden. Ja, eindeutiger könnte das Ergebnis gar nicht ausfallen. 12 Minuten 35 für uns und 15 Sekunden für die Gegner. Jo, und damit verabschiede ich mich von euch und ich sage mal, macht's gut, bis demnächst. Das ist grün. 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 Das ist grün.